Musik Schönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen hier im Schüttkasten zur heurigen Weintaufe. Gehört haben wir sie ja schon und deswegen möchte ich als allererstes diejenigen vorstellen, die heute für den musikalischen Rahmen sorgen. Und zwar sind das die Wettliner. Ich freue mich wirklich heute hier zu sein, denn es ist tatsächlich meine allererste Weintaufe, bei der ich dabei bin. Bei unseren Ehrengästen ist das aber etwas anderes. Für sie ist das sicherlich nicht die erste Weintaufe. Stellvertretend für alle anwesenden Ehrengäste darf ich drei namenslich erwähnen. Bitte begrüßen Sie mit mir den Ehrenobmann der Domäne Wachau, Herrn Hans-Georg Schwarz. Herrn Bürgermeister Armin Sonauer. Und unserem Pfarrer Pater Clemens. Selbstverständlich begrüßen wir auch alle Mitglieder des Weinbaufereines Mautern, die die heutige Weintaufe organisiert haben. Natürlich gibt es dann noch zwei wichtige Personen am heutigen Nachmittag, aber zu denen kommen wir etwas später. Ich darf nun Bürgermeister Herrn Armin Sonauer und den Obmann des Weinbaufereines Mautern, Herrn Johann Moll, zu mir und um ein paar Begrüßungsworte bitten. Gut, geschätzte Damen und Herren, es freut mich, dass nach 15-jähriger Pause der Weinbauferein Mautern wieder die Weintaufe selber ausrichtet. Besonders freut es mich, dass wir so viele bekannte Gesichter sehen, die wir ja eigentlich alle unsere Kunden sehen und denen, was wir gerne unseren neuen Wein hier präsentieren. Um die Sachen jetzt unnötig zu verlängern, glaube ich, das hat der Bürgermeister ein paar Worte sagen, und weil jeder hat, glaube ich, schon einen Durst, nicht nur den Musikanten, ich weiß es auch, aber ich kriege zuerst einmal ein Labello für den Lippen, gell? Okay. Gut, Dankeschön. Ja, für mich ist es heuer die erste Weintaufe, obwohl es in den vergangenen Tagen hätte ich also drei oder vier Einladungen gehabt, die ich nicht gefolgt bin aus Gründen der Gesundheit. Aber heute machen wir Ausnahme. Und heute wissen wir, in Mautern ist die Weintaufe immer ein Erlebnis. Wenn man einfach nur in die Umgebung schaut, da kommen die römische Mauer, und bei den Römern hat es schon den Wein gegeben, ob das stimmt, in Wiener wäre das, im Wein liegt die Wahrheit. Das habe ich noch nicht herausgefunden, ich hoffe, es stimmt, aber ganz sicher bin ich immer nett, denn manchmal denken wir, die Wahrheit ist gar nicht so schön. So, vielen Dank, meine Herren. Jetzt haben wir einmal genug geredet, jetzt ist wer anderer dran. Nun sehen und hören wir Herrn Ludwig Winkler, der uns eine Kostprobe aus einem seiner Werke gibt. Ich habe zu richtiggestellt, das sind nicht ganz meine Werke, man findet natürlich überall etwas über den Wein. Aber ein Gedicht, das selber geschnitzt ist, möchte ich zuerst beginnen. Der Wein hat natürlich auch eine politische Bedeutung, und man kann ihn auch von dieser Seite betrachten. Der Wein, politisch betrachtet, ist ja ganz ein besonderer Fall, weil beim Wein, da sind eigentlich die Kräger nicht überzahlen. Ja, und auch von den roten Trauben kriegt der Wein noch keine Farbe, sind jetzt die roten also auch gekriegt. Das ist ja wirklich arg. Na, und bei den blauen, da kennt man es ja gar nicht raus, weil du, was gleich drücken wird, fast ein gekriegertes draus, na, und lasst man es, wo dunst und irgendein geschieht, dann werden sie aber roter, aber blauer werden die nie. Ja, und bei diesen Neufen, bei diesen Blau-Fränki- und Neo-Burger, da habe ich noch nichts Passendes gefunden, weil wahrscheinlich sind die eh bald wieder aus den politischen Weingarten verschwunden. Ja, und eins kann man sagen, das passt noch immer, dieser Spruch, rot wird der Wein, wenn die Trauben sind, fast schwarz. Das nennt man den österreichischen Wein-Probort. Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir aber zu den Hauptakteuren des heutigen Nachmittags. Ich darf Ihnen nun den Taufparten bei der heutigen Weintaufe vorstellen. Bitte begrüßen Sie Herrn Universitätsdozenten, Mag. Dr. Fritz Loschek. Sehr herzlich willkommen, Herr Loschek. Wie sind Sie denn nach Mautern, beziehungsweise zum Mautern herbeingekommen? Ja, wunderschönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Mein Weg nach Mautern war eigentlich vorgezeichnet. Ich bin zwar gebürtiger Staatsendorfer und habe dann mehrere Zwischenstationen eingelegt, wo ich gelebt und gewohnt habe. Es war Wien, es war München, Krems. Ich habe mich beruflich immer schon mit Mautern beschäftigt, beschäftigen müssen an einer klassischen Sprache, also Latein studiert und Geschichte. Und schwerpunktmäßig noch dazu die Antike und Mittelalter kunde natürlich um den heiligen Severin und um Mautern nicht herum. Also insofern war mein Weg nach Mautern vorgezeichnet. Und als wir dann 1995, 1996 nach Mautern gezogen sind, in die Schubertstraße, wo jetzt wieder umgebaut wird, war auch wichtig, ich habe nichts mit dem zu tun, dass ich nur mit dem Verfahren anfange sozusagen mit meiner Frau, nein, das tun wir uns nicht mehr. War nicht nur mein Weg nach Mautern für mich ein Thema, sondern auch mein Weg zum Mautern herbein. Weil das Haus, das wir gekauft und umgebaut haben, das war leer, da war nichts drinnen. Wir haben viel gekakelt und dann haben wir natürlich am späteren Nachmittag oder am Abend immer was zum Essen gebracht. Und als wir das Haus gekauft haben, haben wir noch nicht gewusst, welche strategisch günstige Lage wir uns da eingehandelt haben. Praktisch über die Straße, um mich war der alte Severinhof vom Karlisch-Weikhofer. Nicht viel weiter war der Mauterns, war der Greime, war der Schrefe Wolf. Also die haben es uns wirklich aussuchen können und wir sind eigentlich nie verdurscht und verhungert. Nicht zuletzt aufgrund unseres Hundes oder unserer Hunde, die wir damals noch gehabt haben, haben wir unseren Weg nach Mautern oder zum Mautern herbein dann auf die Gemeinde ausgedehnt. Das ist also dann Buchinger, Wiedmeier, da habe ich meine Schulkollegin, meine alte, mit so unter Anführungszeichen der Schulkollegin Hertha wieder getroffen. Hanne Vogel Niesner, da hat meine Frau vorhin einen unvergesslichen Abend verbracht mit ihren Maturantinnen vor der HTL. Ja, da können wir vielleicht nachher dann noch drüber reden. Ja, und so ist also mein Weg nach Mautern auch mein Weg zum Mauterner Wein eigentlich gewesen. Darum ist es für mich wirklich eine Freude und Ehre, dass der Weinbauverein mich als Paten für dieses Jahr ausgewählt hat. Danke und jetzt kommen wir auch gleich zum heutigen Taufwein, denn wie soll er denn nun heißen oder besser gesagt, wie sind Sie denn auf den Taufnamen gekommen? Sehr schwer. Es hat sehr lange gedauert, das kann wieder meine Frau bestätigen. Dann haben wir gedacht, wo spielt denn das alles, was ich Ihnen jetzt aufzudrücken, das alles spielt in der Provinz Norikum. Und daher habe ich mir gedacht, es wäre passend, diesen jungen neuen Wein, wir werden nur verhören, wo er herkommt, Norikus zu taufen. Norikus, der norische Wein, und Norisch ist ja durch die Geschichte auch ein Qualitätssiegel quasi gewesen. Das Ferrum Norikum, das norische Eisen, das ist ja immer schon berühmt und sehr begehrt gewesen. Dann das Tauerngold, das norische Gold, dann Salz, das norische Salz, bis hin zu den Norikarpferden. Und jetzt haben wir also sozusagen eine fünfte Weltberühmtheit nicht geboren, aber da ist er schon drinnen und so möchte ich ihn gerne taufen, nämlich norischer Wein. Also nicht narischer, den gibt es morgen dann da drin. Das ist ja immer doch früher, sondern norischer, auch nicht nordischer, das ist ein bisschen zu heftig vielleicht, zu sauer ist er doch nicht. Also norischer Wein. Und dann ist mir noch was gekommen. Da habe ich sogar kurz überlegt, ob ich das Norikus noch umändern könnte. Das ist jetzt vielleicht für die kleinen, auch für die großen, kleinen Kinder interessant. Es gibt nämlich in der Lebensbeschreibung des herrigen Altmann. Wir haben ja da nicht nur den Severin, sondern auch den Altmann im Bildwerk oben sitzen gehabt. Im Kapitel 28 von der Vitae Altmanni, also von der Lebensbeschreibung, des Altmanni gibt es eine ganz wütige Geschichte, nämlich wie Norikum, wie die Provinz Norikum zum Namen kommen ist. Und angeblich soll das herrühren vom Sohn des Herkules, also ein mythologisches Angestatt, Herkules, hat angeblich einen Sohn her und der hat nichts Besseres zu tun gehabt, Sie sehen, das ist eine Geschichte, als da dieses Gebiet zu begründen, zu erobern. Und der soll Norix geheißen haben. Wie man dachte, Norix für einen Wein, das klingt nach Asterix, Obelix, Norix, Lidefix. Also ich bin dann doch beim Norikus geblieben und möchte schließen, schließe ich auch meinen Kreis, sozusagen, meinen Weg zum Mautner Wein, weil man dieses Kapitel 28 der Vitae Altmanni anschaut, wo es um die Gründung von Norikum und um diesen Norix geht, passt dann zum Schluss, warum der Norix hierher gekommen ist und gerade hier dieses Gebiet nach seinem Namen benannt wurde und da hat es im letzten Salzjahr, weil hier nach den Schluchten der Wachau, sozusagen, nach dem engen Teil der Wachau, sich plötzlich die Gegend weitet und bedeckt ist von Weinberg. Also wir haben diesen Gang, diesen Weg zur Geschichte nicht nur heute, sondern eigentlich schon immer in dieser Gegend gehabt. Also, Norikus, willkommen, Norikus. Vielen Dank, Herr Roschek. Jetzt wissen wir also, wie der Wein heißen soll oder heißt, aber noch nicht, wer ihn gemacht hat. Ich bitte daher den Winzer des heurigen Taufweines zu mir und zwar ist das Herr Robert Buchinger vom Winzerhof Buchinger. Herr Buchinger, was ist denn unser Taufwein für ein Wein? Es ist ein grüner Wettliner aus der Riedsstrudel, umso ein Wanderweg gelegen zwischen Mautern und Mautern auf halber Strecke. Ja, es ist ein mit mittlerer Sperre, ist ein guter Steinfeder, Wettliner. Ja, er ist schön, blumig, wenn wir letztens noch einmal nachgekost haben. Ich bin trotzdem sehr stolz, dass es war. Gut, das Jahr, wenn ich das nur kurz sagen möchte, das war ja recht turbulent mit den Hochwässern und einmal recht kalt dann wieder recht heiß. War ein recht spannendes Jahr. Ja, aber trotzdem ist was Gutes wieder rausgekommen und das war heute der kleine Wettliner für uns. Ja, jetzt werden wir also schon fast komplett, aber zu einer Taufwein gehört natürlich ein Pfarrer auch dazu. Begrüßt habe ich ihn ja gleich zu Beginn schon und vorstellen braucht man ihn sowieso nicht. Herzlich willkommen, Pater Gremens. Für dich ist es ja glaube ich auch nicht die erste Weintaufe, oder? Ich glaube nicht. Na, sicher nicht. Schon viele hier schöne Weintaufen, Weinsegnen erlebt. Zu einer Tauf gehört immer eine große Taufgemeinschaft und wir sind heute wieder sehr, sehr viele. Das freut mich sehr und wir haben einerseits einen beachtlichen Teufling, den Norikus mit einem oder mit zwei Essenschuhs. Aber Herr Pfarrer! Taufgemeinschaft und wir haben sehr vieles erfahren vom Farbenspiel im Main bis zur geschichtlichen Durchwanderung. Ich möchte gerne den jungen Main jetzt segnen. segnen bedeutet einerseits dem Herr zu danken für das, was gewachsen ist. Aber mit einbeziehen all jene, die sich hier engagieren. Unsere Winzer, alle die Mithilfen, die Familien, die auch in ihrer Existenz dranhängen, dass der Wein was wird und das ihr auch gut vermarkten lässt. Und so möchte ich jetzt diesen Segen sprechen. Und das Fass ist aber so dicht, dass das Weihwasser nicht eindringen wird. Aber es tut das Weihwasser seine Sache, nämlich den Segen Gottes und den Dank an Gott auszudrücken. Preist den Herrn, denn er ist gut. Dankt dem Herrn, denn er ist gut. Gemeinsam Dankt dem Herrn, denn er ist gut. Der reine Freude ist Menschenherz. Dankt dem Herrn, der Erste wird. Lasst uns beten. Herr Gott, du schenkst uns den Wein als Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Dein Sohn Jesus Christus hat den Wein erwählt als Zeichen des neuen Bundes in seinem Blut. So bitten wir segne diesen Wein. Denn wir zu Ehren des heiligen Bischofs Martin trinken. Lass uns erfahren, dass du der Gott bist, die Herzen der Menschen erfreut und Gemeinschaft stiftet. Darum Dank Pater Clemens vielen Dank alle Herren. Ich darf nun noch einmal Herrn Ludwig Winkler vor das Mikrofon bitten, der uns ein weiteres Mal etwas über den Wein erzählen wird. Ich glaube ich darf es jetzt nicht mehr sein, weil man merkt, das Du das Gefühl wird immer mehr als ein paar kurze Weingeschichten machen. Beschließt von dir ein Volli. Erfahrungswert über den Wider. Wo der Wein wächst, da sind die Leitnetz wieder. Was er trinken, dort haben sie einen Humor, denn die Feuchten schlagt sie nieder und bringt alle Hand hervor. Wenn der Wein schmeckt, der soll sich gewähnen, dass er nicht wie das Wasser saft, denn der Weinstuck ist kein Parcena, aus der das Tragen nur so oben oft. Recht viel Blokuss macht zum Kummer, ist in Flaschen ist die Medizin leicht und geschwind ist er so ein Glas genommen, aber schaut es noch rein, es liegt was drin, also rein, schauen können wir noch nicht, tut man naht, aber es kommt klar. Und jetzt ein Gedicht, das eigentlich ganz am Schluss erst kommen sollte, aber wer weiß, kann das dann der Leser noch lesen, der bringt es schon jetzt. Rauschig, kann man zu denen sagen, die mehr trinken als was vertragen. Das erste Stadium ist beschwingt der Leichtsinn sieht man lacht und singt, man könnte die ganze Welt umarmen. In weiterer Folge ist das Erbormen mit sich selber. Schade oft, der Wölsch wird spockt und man schläft oder man schiebt seinen Hut nach hinten, kann stille Örtchen immer finden, red sich schon selber mit Persie, man hält sich selber für Servis Servis, ein Mundgeruch wie eine Flaschenstupe und rundum sieht man alles im Doppel. Ja, da ein stöss dann wilder Schnack ab in Autofahren braucht man ein Sacker daheim, fährt man Ringgespült wie ein Bruder und erst am nächsten Tag der Coder ein Schädel der vom Kopf verratert der Durst Gefühl der Magen flattert der Spiegel bildet alle bloß in Zukunft trinkt man nur mehr Wasser Ja, man soll beim Trinken aufhören wenn man hat gemühen das weiß ja sogar wirklich ein Stall an jede Kur Ja, aber beim Wasser da ist ja wirklich nicht schwer weil beim Wasser da wisset ja jeder selber auch Und ich darf jetzt noch einmal den Obmann des Weinbau Vereins Mautern Herrn Johann Mold um ein paar Worte bitten Gut meine Herrschaften ein paar Minuten noch dann gibt es was zum Kosten Ich möchte mich herzlich bedanken bei meinen Mitgliedern vom Wemba Verein dass wir alle wieder an einen Strang gezogen haben Weiters würde mich bedanken beim Fritz Loschek für die Patenschaft wir haben etwas vorbereitet du kannst natürlich nicht so viel trinken was das wert war was gemacht hast für uns als Einbotschafter wir geben deine Kleinigkeit mit nach Hause und lasst das schmecken muss ja nicht in einem oben leer werden Flaschenhaus der Golden Fritz muss nicht da werden ok ich bedanke nochmal beim Herrn Pfarrer und Herrn Bürgermeister und las alle anschließend auf ein Dach ein und von den Minzer Vermater andere Stabige ein danke nochmals fürs kommen und einen schönen Abend noch Prost K bin los hin los 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 erro los 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 Untertitelung des ZDF, 2020